Ein typisches Fahrzeug besteht aus 10.000 Einzelteilen. Wenn nur ein Teil beschädigt ist, könnte das Fahrzeug lieben bleiben und ihre Abläufe stören. Wegen eines Plattenreifens und einer defekten Lenkung wurde im globalen Uptime Center eine Warnung generiert. Hier im Ford Live Center überwachen wir alle Benachrichtigungen, die wir von unserem Partner ADAC und von den Ford Transit Centern erhalten. Hallo, mein Name ist Helena. Unser Ford Live Center hat eine Ausfallmeldung eines Flottenfahrzeugs in Ihrer Werkstatt erhalten. Benötigen Sie ein bestimmtes Teil? Durch die Verwendung von Live-Daten können unsere Agents jene Vorfälle identifizieren und verfolgen, die zusätzliche Unterstützung benötigen. Was wir nicht automatisieren können, wird persönlich bearbeitet, damit Ersatzteile schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Vielen Dank für die Info. Ich habe den Lieferanten kontaktiert und das Teil sollte am Dienstag bei Ihnen sein. Wenn Teile nicht über unsere europäischen Depots oder Händler bezogen werden können, greifen wir mittels Luftfracht auf unsere globalen Lieferanten zurück. Sobald das richtige Ersatzteil nach der Bestellung beim Transit Center eintrifft, kann die Reparatur abgeschlossen werden. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie dieser Prozess mögliche Ausfallzeiten der Kundenfahrzeuge reduzieren kann. Alles dank des neuen, vernetzten Ford Pro Service. Es geht um reibungslose Betriebsabläufe. Wir wissen, wie wichtig es ist, jedes Fahrzeug für die tägliche Arbeit bereit zu halten.